ja neun leute was geht und herzlich willkommen zum erneuten um wir machen auf jeden fall diese neuen aufträge da für die spiel und danach halt noch ein paar andere aufgaben um weiter zu leveln warte wo muss man landen ich werde was selber landen als ob wir stehen ja wir hatten wir sollen jetzt in Schifferl auf es bleibt mir geht wir können das ist das schwindel 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 ich glaube ich lande da in dieser Hütte und womit es diese Marke von Chord nachher ich will erst meine Waffe haben ich will erst die Marke von Chord nachher 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 Komm, shifty. Da kann ich bisher eine Aufgabe gleich noch mitmachen. Ach so, 20kamin kriegt man auch noch verdient, nochmal! Ich muss nur so eine Marke finden. Ist die jährt auf der Brücke? Nein, natürlich nicht. Ich muss nur so eine Marke finden. So, das ist sogar ein Leinster. Oh Mann. Okay. Oh, este Mako. Wow, da wird mir nicht angezeigt, nochmal. Warte, du hast Bausteinbäume. Okay, shift die ab. Okay. So, weg. Okay. Genau. Okay. 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 So, shift. Die Frage ist nur, wo kriegt man die Schifte Steine davon kriegt man nicht mehr. Ja. Ja. Na gut. Gut. Auch als ob meine Waffe wieder weg ist. Der irgendwo muss doch steinteiligen Misti. Das ist Metall. Das ist Holz. Gibt's im Schiff die eigene Steine. Ja, okay. Dann mach ich halt ne Anfraggabe statt die in shiften. Ich glaube, das muss man das Kisten kriegen. Ich kann mich darüber ein bisschen bewegen schon mal. Ja, es sollte noch ein Stück mehr so nicht sein, eigentlich. So, ne macht einer Tick. Okay. Ne, ich hab eh mehr Tick. Wie viele Gebäude muss ich bauen? 40. Na mon der. Kottückestiert des Todes. Na mon. beide übertrag der looter vorne schmeckt auf jeden fall mega nekron habe ich leider schon ja auch kann man machen was wunder geflogen werden da kommen die aufgaben machen andere mal das wird das mal auf selbst spielen also habe die aufgabe erlebt gut die nächste tone ist ach komm da auch wenn ich zwei mädchen habe weiß ich ob ich das schaffe ich finde da nach der runde mal mit dem spitze können die passen so zum skin so 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 Beim Pin gehe ich wieder zu Fuß, jetzt sind es noch ein paar Gegner. Okay, das ist noch ein paar Gegner. Ja, weg mit dir, äh, ich helfst du ein Harder. Ja, ich mag vorher doch nicht. Da bist du ja doch gar mal durchgeführt. Der hat den Lama. Der hat den Lama. Der hat den Lama. Der hat den Lama. Der Typ freut mir irgendwie. Der hat den Lama. Der hat den Lama. Der hat den Lama. Der hat den Lama. Wartet mal, Leute. Perfekt. Der Lama. Der hat den Lama. Der hat den Lama. Der hat den Lama. Der hat den Lama. Der hat mich in der Hälfte die Stürmer, der hat den Lama. Wer den Lama war, ja ich bin so shit mit Sniper ich spiel die Bumptechen defensiv ja ich bin so shit mit Sniper ich sag ehrlich ich glaube ich mache einfach dieses doch ich will mich einen neuen und ob bei meiner krone haben ok noch drei ich war schon immer so ein passiver spieler okay noch dran diese zone könnte ich nicht machen mit jetzt brauchen wir schon nicht viel zu lang und hat das perfekte timing dieser schießen hatte ich eigentlich immer nun Kleine Tonne immer Egal was kommt immer bis Kleine Tonne Kleine Tonne Kleine Tonne Ja, schauces deine Bauter immer noch ich kann ja eigentlich nur in das eingebauten drunter laufen fahrt durch ihr beiden ok das ist rotierende zone ok 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 ja, nice ich auch warte, was würd ich ändern? Spitz hat gestimmt naja, die Sichten hab ich irrt schon und irgendwas mit 14 Wins gehabt eben hab ich glaub ich grad einen 15. geholt warte, ich guck mal nach, ob ich schon einen Win hab ne, hab noch keinen Win in dieser Season kannst du mir beim Win helfen? ja, hab grad einen einmal geholt, guck mal, ob wir noch einen holen ich würd nur meine Spitz hat geändert ne, ok ey, ähm, The Rock gibt's als Boss, lass den mal holen hab ich schon oft genug der ist, der ist übelstark ich hab den noch nie können wir den mal suchen? ja, warte, hm hier die Spitzhacke was hast du für ne Spitzhacke? äh, diese diese Schwerte halten wir uns aus dem Bett fast also ich hab, soll ich die auch nehmen? ich hab die auch nämlich nicht was auch schon den Skin Dich wer, ab welchem Level ist die? äh, du musst nur ähm, schlau alles freischeinen, kriegst du die vor äh, eigentliche Level 40 oder 50, aber du kriegst die schon davor, wenn du schlau spielst also schlau aus wird im Bett, passt alles ne, hab sie noch nicht hast du deine, hast du dein Spinnen schon in der kompletten Rüstung? äh ich muss nachgucken ah ah kannst du mir helfen? äh, die Aufgaben hab ich so durchgeruscht, immer eingeschlauert dann verlassen, eingeschlauert immer aber ich such mir noch schnell was dazu passt zu den Spielen also ich spiele mal ohne Wecklen ne, ich spiele nur den ohne Wecklen aber ich will den auch mal kurz mitspielen na warte, mach mal warte da warte ich noch im Senso schnell ne, hab ich auch irgendwo warte hab ich gleich ausgerustet wo ist der Rock denn? weißt du das? achso ja warte, ich weiß wo der ist boah überlege solche Handtischar aber von sofort sterbe und ist die Pistole gut oder geht? hm geht auf jeden Fall stärker als mit Pumgern äh das ist doch äh ne warte, die Pumgern ist stärker ich vertraue mir ich nehm keine Pumgern mit vertraue mir einfach weil meine Markierung ist die Maffe? da hast du Rock? ja, da hast du Rock wie willst du uns direkt umlegen? hm, wenn du nicht gut spielst dann ja ich bin nicht da ich hab die Runde ne Krone wir müssen halt aufpassen ne wo der halt genau ist äh ey, können wir erstmal ein bisschen looten gehen? ja, können wir auch da kommen halt grad alle mit dann lass hier hin oh Gott, ich hab ihn gesehen komm her wo landest du? na hier bei der Waffe dann bist du die Habe dafür dann bist du die Habe dafür naja hab ich keine Waffe aber egal das schon wo denn? ja, ich hab gesagt, ich hab noch nicht schon wenn du ne Waffe für mich findest, kann ich den haben? ne ne, die keine Waffe auf jeden Fall ah, scheiße weil ich will auch nicht direkt hingehen ne der legt der macht einen Hitting und ich bin dead ne, ich hab heute Brex zum Wannabe geguckt und der Wannabe hat so einen Hit in seinem Head Eyes bekommen ne ne ich ein das da oben ist nur der Wissenschaftler der den nicht angreifen ne Kiste? Gegner, pass auf ähm mk halt auf Gegner krampfen oh Gott über mir? ja ich hab doch gesagt, dass nicht da laden aber mach bereit Entschuldigen, muss man ne erste Runde na, lass dich ne Runde mal sleeper landen na, okay ich will eigentlich einfach nur ein Sieg haben naja, hab schon 15 ist ne Schwer, dass die sind fast eben in Zolo auch schon wieder auf kleinste Zone gewonnen wie geil hast du auch nen Hund? ja wir haben auch einen wir haben zwei ich hatte auch mal zwei, der eine ist gestorben schade siehst du die ganze Zeit den Headset raus? ne, ne, ich halt mich grad noch stunden okay äh, wie gesagt, lass mal das Lieb gelanden ja hä, als ich mein Freund nen Headset gegeben hab die Runde hat 290 gegeben aber jetzt gibt die nur 180 mach hier wo? hat schon Sleepy? naja, Sleepy ja, dann lass dann Sifti, Trefti oder wie das heißt landen, okay? also wir looten erstmal da dann gibst du The Rock, wenn er da noch lebt mhm aber ich wette mit dir ist dann schon tot und du? ja, den killen hat welche ey, wenn man auf den Wettepust guckt da wo da, da wo die Wärme rauskommt da steht ähm, ein Vogel V für V-Bugs der Rock ist ähm wo ist der? achso der ist da hinten ganz dann lass mal Dingens dann gleich landen, okay? ähm, der Danny Bogle boh, wenn du das hast mhm der, der wird eh direkt sterben ist das Ding hä? der wird jetzt eh direkt sterben wer? der Rock sobald wir hinlaufen ist er eh schon tot weil wir laden viele Gegner passt schon, ich brauch nur ne Waffe außer ne Shotgun, alles andere außer ne Shotgun brauche ich die Season was liegt da geiles? damit kann ich arbeiten ich kann mit Tieren arbeiten, hier mit mit dem Gegner Hilfe und da wo? da irgendwie mach hinter uns zu über uns der ist über uns, ne? der ist ja unter uns unter uns unter uns ich bin grad da, der ist unter uns obwohl, ich war keine Ahnung ich hörs grad nicht schließlich wie bist du nach unten gekommen? wie bist du nach unten gekommen? ja ich bin da vorunter gesprungen vom Gebäude ich baue mich durch ich seh ihn, seh ihn, seh ihn im Haus, im Haus im Haus dead jüt kann ich auf jeden fall mit arbeiten Kiste bei mir äh, Gegner komm mal wo? äh, da vorne ich hab halt ne scheiß Waffel, ne? ich hab auch ne, ich hab auch keine guten Waffen ich hab' ne, ich hab'r thrangen, dass nun ein Gewehr ich seh' mir schon wie scheiße, das ist hab ich auch ein, doch ich hab' auch ein Wenzal gepasst wenn du willst, hier danke äh, wohl hier die Aufrussbank, weißt du was? epischer Vogels, Eindruck, will ich haben ab jetzt, äh okay die Runde wird kommt sich die Schnellbrust im Kuchen es wird dann eine Waffe in Europa ich kann leider nichts aus Kosten hat nicht genug Gold ich bin ein paar Menschen sind sehr komisch für mich nur dann wenn wir gehen jetzt noch schief die oder und bleiben hier wenn es nicht mehr einmal was aufbrusten man muss sagen wir gehen nach schiffen er kann das gehen Warte er kann man halt haben kurz erwarte ich nur ein kleines fleisch und jetzt warte die da oder gegner gegner unten gegner unten da ein ding ist in snippet ist der pfp lasst doch weiterhin nachdenkt von nicht sterben ja das weiter nach schiff die ich hoffe ich bin noch ein paar kohlen drin ich stand aus ich bin ausgestiegen gegner 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 bin er das hat das um um zwei 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 gegner in hätte ich bin so heiß wir sind gut ich bin diesmal lass delhi delhi landen ok ja dann können wir doch direkt zum schiff die gehen also ding ist da so der rock oder lass mal dinge ins landen der drones ja dann lass die delhi bose landen jetzt sterben ne Guck, jetzt auf einmal stirbt der, ne? Ja. Ja, wie schlecht sind die? Sterben aber Wüste. Guck, die sterben, aber die sterben. Check ich nicht. Mama! Mein Essen fertig. Also, wo willst du das zu landen? Äh, da. Äh, wo? Da, wo ich markiert hab. Äh, die hat am Anfang geklärt. Mach mal kriegen wieder weg. Gut, dann ist der Dreck neben uns die Stadt. Die landen auch keine Gegner. Doch. und viele mit der Besser 2 um ein möglicher Baustritt hatten und als er sich mal auf dem Dach dann anstehen nur ich habe so eine gute Lernung gemacht ich bin es hat nur die Dreckslandland Landung scheiße ich komme nicht er gab die aufgabe fertig mit das oder ja sobald du stoppst machte ich noch bereit weil ich glaube ich will nicht sagen egal einfach bereit Nee, ist es nicht. Er hat nur 6 HP. Boah, das heißt, wenn man keine Money mehr hat, ne? Lass direkt den Schiff landen. Wo willst du landen? Ja, wenn du willst, dann können wir Schiff landen. Ich mag Schiff. Äh, mir ist egal, wir können auch von mir aus überall landen. Nein, 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 ich hab da einst gar nicht Schiff gelandet. Ich auch. Ich bin da gelandet, wo man ein Thema gelandet ist. Schiff ist aber so weit weg. Äh, passt doch. Ich wünsch dir einen Main-Spot. Ich lande nie einen Main-Spot, außer wenn ich wirklich Lust drauf hab. Ich will da landen, äh, Lutz. Äh, ja, irgendwie hab ich gerade auch überhaupt keinen Bock. Dann lass ein Blutschiff landen. Okay. Oder willst du nicht? Wir können auch von mir aus Schiff, die landen, ne? Ja, dann lass Schiff, die halt bleiben. Ja, komm, direkt zu dem Rock laufen. Wo ist das denn ganz? Ach, du Heiliger. Ja, die Waffe zu bekommen ist mir schwer. Die macht halt nur zwei, drei Schaden mehr als normal Gold, ne? Wie viele Gegner landen hier? Ich glaube nicht viele. Einer nur... Zwei, glaube ich. Ne, einer. Wo bist du? Das ist schon mit gerade ne Waffe. Oh, meine, oh. Ne Pumpgangs, zwei Pumpgangs für dich? Auch mal eine für dich. Oh, äh, gib mir mal eine, ich muss noch Schaden mit der zufügen. Komm her. Da kann die... Pumpman liegt da auch noch. Sniper. Warte, ich muss Steiner bauen, da hinten eine Stein. Ne Mission hier? Na ja, nimmst du hier. Und ich würde dich mit Spider-Man, den eigentlich gerne, freischalten. Ich ja auch. Gegner? Na ja, lass mich stehen, bitte mit Schrotten, da hinten einmal. Ja. Ich muss dich eh schon hier. Hab'n down. Okay, gut. Ab der Aufgabe, es hatte ich. Ach, komm, die Kitzel gefunden. Ja, ich hätte ja Clash und hier ein Levin' Neues Level. Kiste, kommst du zu mir? Äh, ich muss immer noch Steiner bauen, da hinten ist noch ein Bild, ne? Brauchst du nicht, oder? Hm, weiß ich noch nicht. Ich komm einfach mal, okay? Oh, geil, ne? Oh, geil, ne? Level. Hast du ihn? Nein, nein, ne, chemisch gerade. Bin auch ein neues Level. Wo ist er? Na, weiß nicht, dass wir nur lang gelaufen, gerade eben. Kannst du, dass ich das war? Nein, das war eine Stunde mehr, wird auch dein Name angezeigt. Der hat ja auch eine Wand gebaut gehabt. Darf ich Mk haben? Was? Darf ich die haben? Was haben? Mk? Naja, nimm. Danke. Moment. Ich guck grad meine Aufträge an, was ich noch machen muss, alles. Holz? Stein? Stein hab ich gehört? Ist ja irgendwo ne Aufrüstbank, wenn ja, muss ich einmal aufrüsten. Bin zu Vf, die anderen Aufträge. Hab Stein gehört? Oder war ich Stein? Äh, weißt du vielleicht, wo Dings ist? Nee, die auf jeden Fall hier nicht. Ach so, schade. Aber wir können ein bisschen lupen, oder? Oder nicht? Ja, 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 wir lupen doch gar nicht mehr. Ich würde gerne diese Tiere hier. Für die guten Efe, die ich brauche. Ja, auch. Ich bin nämlich schon, ich bin nämlich schon, ich bin nämlich schon Level 17. Ich hab bisschen reingekwildet in das Spiel. Sobald ich auch Spider-Man hab, werde ich auch nicht mehr reingekwildet in das Spiel. Eher auch nicht. Einfach verdankt haben. Lass es mal so, äh, von die Konstdeck landen. Hat ein Wildschwein geholt? Na, irgendwie fühle ich dich spitze an dem Skinny. Ich brauche ne andere. Ich lasse gleich Tresor gehen. Na ja, hier ist noch gar keiner. Nee, da hinten, da hinten ist doch einer da, wo ich jetzt hin schieße. Ja, ich weiß, ich weiß doch, wo einer ist. Chill. Ich hab die ganze Mäber schon erkundet. Schon am ersten Tag, ich weiß, wo alles ist. Ich hab keine Mäzen mehr. Ja, ich hab auch nur 100 Steinen. Ich hab gar keines mehr. Ich hab noch nur 3 und 9. 3, 9, 3 hab ich noch nur. Hier ist noch ne Kiste. Ich bin beim Tresor. Ich bin auch da. Du musst die da nochmal hinstellen. Ja, äh, ich wollte die Sniper noch holen. Ich weiß, wie es Ressorten zu öffnen geht. Ich hab schon über 20 geöffnet. Aber bitte loot nicht alle Kisten für dich allein. Ich weiß nicht, ich will nur 2 haben, okay? Boah, dann muss ich nur eine kriegen, geil. Boah. Loot Sniper. Biggies. Meine Mad Kids. Ich hab schon 3, aber egal. Hab dir und mir ein Zelt gemacht. Lass es den Eiswürfeln gehen. Ja, lass nach Tökel füllen kommen. Tökel, Tökel, Tökel. Was bringen eigentlich die Eisdinger? Ich werd von der Tökelhaus versteckt unter den Eisdingern. Ach so. Gibt's da auch Lootsachen? Ja. Ich loote hier das. Ich loote hier das. Oh, ein K. Ist er ein Gegner? Nein, nein, nur Tiere. Okay. Boah, die Scheißen. Hier wurde einer gekillt. Lass, ähm, Dingens. Ja, ich war mit dem Dootshock schon. Äh, lass Dingens gehen. Wie heißt? Äh, ich guck mal auf den Namen. Gegner suchen. Okay, ich hab nämlich Jumper. Naja, warte, lass mich noch kurz den Dootshock öffnen da hinten. Ja, lass ich dich ja. Ja, lass ich dich ja. Ich hab' ein paar Metz. Ich hab' ein paar Metz. Ich hab' ein paar, jeden Tag. Und zehn Panzerwände. Was hast du? Äh, warte mal, Gott. Ich hoffe, nirgends den Gegner. Ich muss kurz, äh, einen Freund schreiben. Hab' einen? Wo sind Gegner? Nein, 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 ich hab' doch gefragt, ob bei dir Katz welche sind. Nee, nee, ich hab' uns fein getötet. Na, ich hab' den da. Aber Gegner, 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 Gegner. Von wo? Oben, oben, von Berg, von Berg, von Berg. Na, Silvia, Scope. Ist untertitel. Oh, der ist tot. Wir sind tot, wir sind tot. Wo ist er mit dem Scope? Auto! Der kommt mit Quad runter. Sein ist er. Sein Maid snipet aber noch. Also von da unten irgendwo. Egal, ich geh auf Auto, ich geh auf Auto. Ach, Digga, von jeder Seite gerade. Wirklich von jeder. Ja, die werden halt jetzt doch spielen, also. Gegner, 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 Gegner. Oh, Scheiß, die vernetten ich noch. Fuck, 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 fuck. Dig, oh, ha, süße. Was für Sprayer, Junge. Einer dead. Ah, komm mal kurz, Doppi. Ich müsste jetzt noch so ein Battle-Port holen. Ich werde auch fünf Sterne. Fuck. Nein, du hast aber... Hey, aber du hast noch übelst lange Zeit. Du hast noch vier Monate Zeit, für den Sieg zu holen, also. Ciao. Entspannendeutel. Okay, Leute, schon einmal hier den im Haus. Den wollte ich schon lange haben. Und es reicht wirklich noch. Perfekt, ja. Als ob das jetzt noch gereicht hat. Hier die Mittenmütze. Endlich. Na, warte, wo ist der neue Maut? Ja. Sammle Trashball-Fanatical ein. Eins, zwei, drei, drei. Ich guck mir mal den neuen Maut. Warte, äh, hier. Ja, ganz nett, Herr Maut. Ja. Ganz nett, Herr Maut. Ich guck mir mal den. in der rechten Lied. Ja, ich gucke mir mal den Hängelblätter. Ich nehme. Ja. Da. Ja, das ist ja eigentlich. So. Warte, ich mach so dran. Okay, warte. Ich möchte diesen Kokonie-Kerl haben. Ja, den hole ich mir noch. Nicht heute, aber übermorgen oder übermorgen hole ich mir den Typen. Ich bin hier oben zuständig. Wie viel hat der? 1, 2. Ah, der hat nur 2. aber wo muss man für die letzte aufgaben und dann da da habe ich wahrscheinlich nie benutzen werde aber da hat auch eine aufrüstbank tatsächlich da hinten na ne da hängt leider fast gar nicht dann muss ich dringend ändern ok das sammeln zuerst bei fanatical ich würde erstmal fragen dass ich nicht sterbe da ok Wo sind die Dinger, die man einsammeln muss? Ach da! Ah, Schmantrag, gut. Hier vorne in Sleepy ist noch eins. Da vorne ist auch gleich eine Aufrüstbank, da hole ich mir auch nochmal diese 15 Kalb hier. Heute ist eigentlich der geile Tag gewesen um zu leben. Ein nicer Tag dafür. Hoffentlich habe ich noch genug Gold. Ad-Op 200, komm schon. Ähm. Ach, egal. Da ist noch ein Ding. 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 und das ist nicht schien 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 ich möchte jetzt nur gerne wissen wo mein Auto steht das war mir perfekt wenn ich heute noch ein Level aufsteige bin ich zufrieden für heute ich will irgendwo ne Wappen eröffnen schnell den Tresor den Gegner schon abholt warte dahinten bei Tilted tatsächlich das ist schon ok nice man genau kräftig der Fall scheinen m Okay. mit mir wieder einfach weg also der vierkirche dabei machen muss ich ihn kommen schon mach egal mach die aufgabe ein anderes mal oh man hier liegt einfach bei dir mh hallo hi oh sorry moin ich hatte die auch aber die leute die nur auch nie mit der spielen selbst aus der ferne mir fehlen nicht mehr viel level dann habe ich diesen kaugummi skin aus dem battle pass endlich ich hab den battle pass nicht ich bin den recht scheißer ich auch aber trotzdem ist ein neuer skin in mein spin weshalb ja was bringt das wenn du haufen skin hast und ich spiel es natürlich weil ich mit dem ab und zu mal spielen halt nur nicht die ganze zeit ich will den nur maxi mal wegen den wios das spiel von den wios noch fünf was anderes holen kann ne ne ich nicht ich kaufe mir die battle pass gerne ne 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 weiß ne 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 die läuft grad mega gut ich weiß ich nicht muss das sein das ist meine goldenen Schnapper aus und ich weiß nicht ich hab immer noch dicker ich weiß grad gar nicht was in meinem Rucksack ist ich hab heute schon wieder einen geholt gestern hatte ich auch drei geholt nein für mich grad nicht ich treffe nur Threads nur Threads ich lande in Welches Konto Level bist du denn? Konto Level ich bin gestiegen auf 3000 ja ich bin 700 ich muss wieder schlechter werden das ist weil ich die ganze Zeit nie wieder runter gehen im Sprung neues Level kriegst du ein Konto Level dazu ne beim Freund der hat übel scheiße gespielt so ne Zeit lang der hat den seinem Bruder den den Account gehabt und da ging das runter auf 800 also hab ich vielleicht Hoffnung ich hab auch immer Bio Saumers gezockt vielleicht deswegen ja das helft nicht deswegen ich spiel ja grad nur maximal drei Stunden am Tag ey ich bin froh bald bin ich wieder bei meinem Vater da kann ich wieder mal wieder mal wieder nach Wochen den Tag durchsuchten ey ich kann jeden Tag durchsuchten wenn ich will deswegen hab ich mir vorhin auch schon diese Haven mit dieser Mütze da gekauft gehabt diesen Style grad eben ich habe keine Antwort bis als zu werden in der Tat nicht Junge da macht sich wieder keinen Spaß mehr das ist man muss das Gameplay genießen ich genieße das Gameplay ich mache am Anfang der Runde eine Aufgabe und den Rest spiel ich nochmal eine Aufgabe ja komm ja am Anfang der Runde immer eine Aufgabe und dann genieße ich die ganze andere die restliche Runde ja was für eine Aufgabe so ne es gibt's Aufgaben für 8K bloß und es gibt Aufgaben für 250 ich meine ich hab heute die Aufgaben für das neue Spray gemacht hab das Spray in der Runde freigeschalten und jede Runde hab ich grad etwas für das Spray gemacht und jetzt hab ich das halt freigeschalten was ist denn nicht komm Delta One das Spray werde ich wahrscheinlich nie benutzen aber trotzdem die 20.000 EP pro Aufgabe haben wir geschmeckt diese Delta One Aufgaben ab naja hab ich gemacht ich wollte eigentlich nur die XP haben ab so gut ja ja ich wollte aber die 20.000 EP pro Aufgabe haben ich muss mal wieder auf mein Konto Level schauen ich hab lange nicht mehr drauf geschaut und das bin ich denn das ist voll das ist voll ich weiß nicht what the fuck 1500 und was ist dein Konto Level? ja geht ja eigentlich voll ich hab gedacht 3000 ich hab gedacht 3000 ist dein ja ich hab lange nicht nur einige das ist gut einer dead okay 1500 das ist gut ich hab die ich hab die immer nur auf der haben irgendwie immer nie wenn ich das Panter Level ist mir nicht so aufgefallen ich wollte gar nichts machen ich hab die grad so weg ist für alle die konnten nix machen und jetzt mach ich den Dach im Mord oh mein Gott die Arm die Arm die tun mir voll leid warum hast du die dann gekillt die waren nicht los die waren schon gut aber trotzdem ich wollte die Kids haben allein auch für die Krone die ich jetzt hab oh nur noch zwei Gegner oh 20 Panzerwände auch noch geil 20 Panzerwände die man gefüllt man freut sich bei den übelst aber irgendwie am Ende des Matches verwendet man die nie doch ich verwende die immer zumindest meistens ja wo ist denn der letzte Fight ja aber bei 20 zum Beispiel ich verwende maximal 10 im Match möchte ich mich einboxen nächster Tod nur noch ein Gegner dann hab ich den nächsten schon ja hoffentlich ja hoffentlich nächstes Level schon wieder ja lass mal eine runter zocken ja lass ich die erstmal zu Ende spielen ich bin grad so kurz vorn wieder ja ich weiß ja ist gut sag ja nochmal so ne 6 auf meiner Krone stehen zu haben wär schon nice kannst du die Gruppe mal privat machen klar ich warte äh ich möchte die Runde noch kurz äh ja ja ich weiß dass du die Runde noch kurz endlich willst du sag einfach ja ja du sagst du ja aber ich will nur noch die kurzrunde ja ich möchte ich sag dir irgendwas ja aber ich möchte nochmal kurz die Runde zu Ende ja ich hab nur noch 12 Panzerwände jetzt ab geht der Marshmallow ist der beste Sniper aller Zeiten der Sniper kann man so tryhoten ich glaub das wird doch kein Win ja doch save Digga ne der Marshmallow Digga scheuen grad außerhalb von meinen Panzerwänden bauen Digga das ist der übelste tryharder ja der konnte save was machst du das ist dein Win 4 kills die Runde die ja ich will nicht verlieren denkst du wie ich gewinn wenn ich den mit einer goldenen MP wegläser ne entweder mit einem MK7 Gewehr oder einer MP ich hab zwei Waffen zur Auswahl ich spielte echt ohne Pumps also ich spielte echt ohne Pumps also ja ja ich hab die Taktischen im Büsch die sind keine Pumps mit das ist sehr übel angeweigt ich feier die Pumps echt ne echte ja ja ok was will der Typ jetzt hier zu spielen ist die Gruppe privat? ne warte gleich ich guck gleich der Marshmallow ist für mich grad nur übelst der tryharder auch wie er sich fort bewegt und mit dem bauen der der macht einen Schritt und der jetzt halbe skype ich wieder ne ein Schritt 10.000 Meter hoch ne ein Schritt 10.19 let's go ne ich bin übelst low und der aber nicht der hat 150 HP und ich hab nur noch 50 50 50 hast du keinen Fall ne 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 da fackert alles abkommt schon der was ein Spieler bist du tot? safe Digga auch wenn wir Endrollen machen wird der gewinnen oh mein Gott der ist ein lower als low der Typ? naja der Marshmallow ist mega lower als low ne warum das machst du let's go ja wie nix ist zweiter Sieg was für zweiter Sieg du hast schon mehrere ich meinte für heute ach so oh der hat ja jetzt ne 6 auf meiner Krone geil Mann ja ich giel halt voll wenig naja ich würd die Krone vielleicht auf 100 hochcranken ey knutselt das Ding ich hatte mit IHP oder sowas gewonnen was ist denn mit unserer Klassengruppe los? das tue ich erstmal dankeschön danke Epic danke ich danke dir und am Ende Epic anzeigen ist die Gruppe privat eigentlich? heftige Dinge in Fotos ich guck mal ach du scheiße ach du scheiße außer dann bist du doch Gruppenentführer warte muss ich nochmal Eis einstellen na moin einfach einfach Gamelegenden Reihe Spraymotiv na moin machst du die warte ich will mal was Neues ausm Bettepass kaufen für 6 Bettestörner das Kokomi-Bett-Ding aber fuck nicht lange rum naja mach ich nie ab jetzt das rüchte ich direkt aus ach die ganze Zeit will ich einem Freund von mir beitreten darf er äh er kann aber aber er hat kein Hetze da kann auch so nicht reden ach der Kiel naja lass mal drinnen Trio geht gleich hol dir jetzt noch nen Sieg ist der nicht neun? was? ist der nicht neun? oder so? keine Ahnung du kennst nicht wer den sein Alter wirst du Freund also sooo ne ich persönlich aber ich bin mit ihm jetzt schon lange Digga ich weiß nicht welche Spitzhack ich nehmen sollte erst dauert so lange immer Digga kannst du ja den Tanz aufhören ja warum? hab ich mir ausm Bettepass gekauft komm für dich holen wir heute auch noch 2 Siege für wen? für dich? ja dann hab ich heute 4 und du 2 und wenn nicht du hast 4 Monate Zeit um den Sieg zu holen wo wird er landen? keine Antwort ok äh warte mal warte warte wo ist denn das? warte 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 hier ist er? na kann wir machen Greasy Groove ah Digga weil weil ich will eigentlich ne oder da oder? oder gucken ob ich da hinkomme im Endgame müssen wir eh äh etwas schwitzen aber komm der mehr als 2 Siege am Tag schade nicht da kommt auf jeden Fall glaube ich jemand mit äh ich würde ich würde ja ich würde nicht instant dahin kommen also gleich sofort weil ich möchte dahin nochmal schnell und dann komm ich zu euch ja da kommt ein äh 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 dieser Typ war so ungeziefer war da verstehe kopfgeld eliminiere blöd interessanter Name äh äh diese waffen kriege ich jede runde alter ja sei doch froh digga wenn du nicht willst bring sie mit damit habe ich gerade Sieg geholt muss gucken was ich so finde ne mk7 das ist ne pump aber nehme ich auch ja das Kaugummi Backlink passt voll zu dem Skin finde ich was verschwinde ich beim Blue Life hier ist ja genug Jackson wie viele Kronen hast du inzwischen da stehen komm mal her ach immer noch eine ok verstehe immer noch drei ich nehme deine Kronen da kam Rinder zu dir da kommst du mir ja bei mir ist nix mehr eine Liedler naja waschen kann mit zu dir ok hier ist nur noch ein paar Slurpfächer oder Junge ihr kommt mit zu Junge die Slurpfächer hol ich mir gerne doch wenn da noch welche Ökos sind hier ist noch eins äh kriege ich die MP oder wolltest du die behalten äh die ich würde die erstmal behalten na gut wenn du für mich eine blaue mk7 hast na na ach so danke Jackson schaust du mir I am out of never die oh das ist sowas von meinen Mainstand wenn ich grad spiele ich sag so wie es ist ich werde mit dem dann ich werde mit dem der legt äh gehst du runter vom quad äh ich möchte dass du runter gehst digger mein 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 Der hat ein Internet, der... Äh, setzen? Ich glaube, der hat weg. Lass ihn weggehen. Gib mir dann seine Energie, wenn er stoppt. Achso, du lebst noch. Hallo? Hört mich irgendjemand? Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Digga, bist du los? Digga, was machst du da? Hä? Digga? Aber checkst du mir immer noch, dass du vom Quad runter gehst. Hä? Ich bin noch auf den Quad drauf. Nein. Jetzt bist du runter. Ich fahr hier gerade rum. Du bist runter vom Quad. Ah! Oh, jetzt geht's. Alter, what the fuck? Ich check gar nichts mehr. Ey, guck mal, passt dir das Backlink dazu? Komm mal her. Äh, zu dem Skin... Ja, irgendwie fühle ich das. Keine Ahnung. Ich hab so ein ähnliches, so. Habe ich mir halt gerade gekauft gehabt. Äh, ich geh mal kurz zu meinem Zelt. Ja, du bist willkommen. Ja, warte, lass mich rein. Da wird jemand gerue Boot jetzt da vorne. Guck noch mal, was in meinem Zelt ist, so. Äh, mir fehlt noch, ähm, ich brauch noch ne goldene Sniper. Ich hab schon alles Gold drinnen. Ich brauch noch ne goldene Sniper. Ich hab nur ne lila Sniper. Wie das nicht anhört, ich hab nur ne lila Sniper. Lila Sniper lass ich euch liegen. Ich brauch ne goldene Sniper. Lass ich schon, ne, Sniper nehme ich schon immer mit. Den Sniper kann auch nicht sein. Ich bin grad auf dem Weg zu euch. Aber ich bin halt nicht mit dem Quad. Kann ich jemanden snipen? Nö. Ach, das hat so ein Pisa Ball. Bin mal geschätzt. Yo, dicker. Ey, kann man halt den Stein. Ich hab grad Stein abgebaut, der 200 Stein gegeben hat. Woh, der fackt. Okay, Metzform ist leicht geworden. Einmal in Korinien. Ich hab ja stopped Wenn? wenn Prozent wenn damit ein paar sieben rauskommt er hat eine Goldene Panker zu nehmen vor er ist auf ich werde geschossen ich weiß nicht wo nach der Stadt mit Korn er hat und werden gewonnen wird zugegnen Oh, ich werde gesnipet. Oh, Leute, ich werde gesnipet, ey. Aber so richtig. Ich habe halt keine Match, ich kann halt nichts machen. Oh, Japs, dann, warte. Slighten, ey. Oh, die slipert mich. Ich komme. Ja, die sind eben von da hinten. Wo? Ja, ich schätze nicht. Fünfte, zwei, fünfzehner. Der Rote. Der kann halt nicht mehr mit Ranty zu werden machen, das ist halt so eine scheiß Waffe. Ich habe keine Muni mehr, scheiße. Für was denn? Äh, Stangewehr. Brauchst du. Habe ich auch nicht, scheiße. Ah, fuck. Ah, tschi, tschi. MP-Mund habe ich auch keine mehr, also ich kann nicht halten. Oh. Ja, nur noch fünf MP-Mund. Ich habe jetzt für gar nichts mehr im Mund. Geil, Mann. Hier, ich habe eine Waffe für dich. Wird dir nicht gefallen, aber hier. Ah, okay, ja. Nimm einfach. Besser, besser als nix. Digga. Könnt ihr nicht abhauen? Ey, das sind mehrere. Das sind glaube ich vier dort. Das sind glaube ich vier. Nein, drei. Ich einfahne dich HP nochmal in der. Das heißt einfach abhauen, der einfach abhauen. Ja, also könnte ein Problem sein bei mir. Bei Jackson auch. Mensch, der hier zusammen. Ich dachte, der Busch feilt. Schade. Der ist ready, oder? We're ready. Ja, kommt. Das war irgendwie übertrieben viel. Das war irgendwie übertrieben viel. Wo wollt ihr dich mal landen? Ah, da ist er bei Daily. Okay, gut. Oh, nee. Doch, doch, komm, 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 komm. Der Ort ist geil. Äh, Fussion, weißt du noch, wo wir fast erste Runde da gelandet sind? Oh. Und wo unser erster Eindruck war, so, ach du Scheiße. Also, ich fand den Ort nice, hab ich schon damals gesagt. Oh, ich fand den gut. Ey, aber ich finde den nice, solange da nicht so viele Gegner sind. Da werde ich wahrscheinlich übel so auf den Landen, sobald ich Spider-Man habe. Aber nur wegen Spider-Man plötzlich dann nicht landen, ja. Nein, nein, nur, ich land den Ort jetzt auch automatisch schon so. Hier meistens schon immer. Aber trotzdem. Da, ich lande da. Ich lande immer dort. Ja, schau mal hier an meinem Gebäude. Dann gehe ich immer genau über das Fenster rein. Krieg 50 Falldamage. Kassier 8000 HP, HP, EP meint ich. Fällt eine Waffe und töte mich mit Granaten. Was? Okay. Nein, nein, und was? Oh, mein Zelt muss abgebaut werden, danke. Wäre so geil, wenn wer von der Schmecke gefällt. Ich wollte eigentlich auf den Spin-Apps da landen. Hä? Hä, wieso muss ich mein Zelt jetzt wieder kaufen? Ach so, das ist ein Zelt von Fusion. Ah, warte. Steht mein Zelt herum, oder was? Ich kann... Ja, ich hab es gekauft. Entspannend. Ich hab es gekauft. Und da ist eine goldene Sniper drin. Ach komm, nein, bitte nehmen das nicht, bitte, komm. Nee, ich ne, nein, ich was. Digger, mach bitte mein Zelt, Digger, komm, bitte. Ich würde es abbauen. Ich hab's schon abgebaut. Ich baue meins auch ab. Ich hol mir jetzt ein Zelt, automatisch umzugucken, ob da noch alles drin ist. Ach so, das Haus ist noch nicht gelootet, deshalb würde ich gerne noch in mein Haus looten. Naja. Weil das... So, wir sind trotzdem nur ein Zelt, um sicher zu gehen. Digger, einfach... Ich hab's gekauft. Für 25 Gold. Okay, das liegt noch da drin. Gut, perfekt. MK7. Ich hab Jackson sein Zelt gefunden. Kannst du's kaufen? Nee, leider nicht. Alle Teammitglieder haben bereits ein Zelt. Nee, schade, leider nicht. Nee, ich hab mein... Ich hab mein Zelt halt schon eingelagert. Interessant, Jackson, dein Zelt ist jetzt da. Erstmal hingehen, let's go, ein paar goldene Waffen können. Oh, dann... Also, ich hab den Feuer, aber nehme ich trotzdem eins mit. Hey, ich nehme meins ab und zu mit. Okay, hier, hier, ist doch gut. Hier ist dein dummes Mad-Kit, ey. Chill doch. Oh, danke. Äh, warte, wie viele Truhen muss ich jetzt wieder öffnen? Ach, komm, nochmal. 100. Ich glaube, ich nehme keine Sniper mehr mit. Mom. Einfach so. Oh mein Gott, ich hab zum ersten Mal in der Season 1 Tresor gefunden. Krass. Und, was ist drin? 131 Gold? Hä, seit wann so viel? Okay, recht viel, finde ich so. Ich werde dir ja... Nee, Jackson. Jackson. Dein Lieblingsbeschäftigung. Ja. Ey, Jackson, die eineinhalbhunderte, die da oben liebt, vielleicht nicht zu holen, was ich meine. Junge, ich komm nicht drauf klar. Jackson. Let's go. Aber dein Name ist nicht so, wie du bestimmt denkst, geschrieben. Ja, 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 ja. Der ist genauso, wie ich denke. Äh. Der in Jackson. Äh, geil, der ja damit. Was ist denn das? Äh, wenn du würdest, kannst du die haben. Sorry, ich kauf, ich komm nicht drauf. Sagt, zu dir. Ich spiel eh ohne Pump. Ach so. Wow. Perfekt. Jackson, lass mal Jackson. Ey, ey, nein. Ey, ey. Chill mal. Wir müssen bei Tone gehen, ja. Ich hasse diese, oh, ah, ah, dicker, ich flieg hier rum. Oh, nein, ich spider MLG. Let's go. Äh, lass mal Richtung da gehen. Aua. Oh, ich brauch ein MK7 Sturmgewehr. Hab eins. Blau. Warum? Ich hab grün. Ich hab nur, ähm, Ranger Sturmgewehr. In? Blau. Ja. Äh, auf mich wird geschossen. Kommt doch, ich bin schon abgehauen von euch beiden gerade. Ich warte auf mein Headshot-Snipe. Ne Qualle ganget, wenn der essen will. Falle. Ich hab alle. Da hinten wird geschossen. Digga, Pump, jetzt bleib doch mal auf den scheiß anderen Platz, Digga. Auf mich wurde geschossen. Ja, ich bin schon dabei, die Gegner zu spotten. Oh, Digga, die Wache hat recht viel Aim. Ja, Slow, down. Get finished. Hit. Hab gleich keine Sturmgewehr am Mund mehr. Ach nee, das ist ein Huhn. Ich hab grad auf den Mund geschossen. Ey, ja, Rückzug, wir verschwenden nur Munition. Na komm, der ist eh, der eine ist eh gefinischt worden. Ne, es bringt nix so. Ja, ja, den einen hab ich eh gekickt gehabt, einen von denen. Also einen müssen die reifen. Komm, Jackson. Oh, fuck. Ich hab eh keine Mund mehr. Komm, schnell. Jackson, wir feiern, glaub ich. Als ernsthaft gegen die. Ja, ja, komm, Männer feiern will dann. Okay, dann muss ich ja wieder zu euch zurückkommen. Aber er kommt grad angerannt, glaub ich. Ja, er kommt. Ja, lass hier hin. Äh, Jackson, hier ist ein Splashies. Naja, ich schwöre, meine Wachentwicklung ändert. Oh, naja. Ah, MK7, naja, nehme ich jetzt mal. MK7, hier ist ein blaues Sturmgewehr. Danke, Jackson. Ich komm, 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 komm. Ich bin schon da. Na das, starker, ein starker Angriff gegen den Gegner. In Nordwest. Auf mich auch, auf mich gerade auch. Ich kann, ich hab ein paar Minis, die ich mir gönnen kann. Jackson geht's auch nicht gut, wir müssen Jackson helfen. Ich hab kein hier und keine Mads. Ich hab hier. Hey, du hast er. Ja, ja, aber ich mein, die für Jackson. Ich hab ein bisschen hier, komm, 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 komm. Ich kann halt nicht eine Sache bauen. Ah, nein, nein, nehmt Jackson mit. Ich hab mal einen Kurt da vorne. Warte. Und du Jackson mit. Okay. Komm, aber mit. Da. Nein, nein, äh, Jackson für dich da vorne nen Ding. Zwei 21er Schildbreak. Tot. Gut. Da ist noch mehr Gegner. Da hinten war jemand. Da hinten war gerade jemand. Da, äh, bei mir ist Gegner. Äh, ich komm. Doch nicht. Hä? Doch, bei dir irgendwo ist einer. Ja, nein. Doch, ich hab mit Sniper gerade eben gesehen gehabt. Bei Jackson ist alles okay, ne? Edge. Jackson, ich hab was für dich. Warte, Minis hier. Ja, wir gehen gleich da unten, Leute. Okay. Ich glaub schon mal vor, weil ich zu keinen Quad oder sowas mehr hab. Was ist noch der? Der, ich check ihn grad nicht. Der, ich check ihn grad null. Digga. Was macht der denn nun? So, du kommst. Mein Jungen. Digga, ich check ihn nicht. Wir müssen schnell zur Fusion. Bei mir wird gerebooted. Ab zur Fusion. Aussteigen. Ey, Fusion, ich hab was für dich. Komm her. Äh, hier. Oh, danke, danke, danke. Danke. Ich denke, er wird das jetzt in Zone Fight oder was? Tschüss. Ey, Fusion, nein. Hey, chill, chill. Ich hab alles unter Kontrolle. Mayday. Seitlich. Im Süden. Im Süden wurde ich stark angegriffen. Äh, wir müssen eine Papp haben. Hier, wer auch immer haben will. Hab keinen Platz mehr für die. Naja, nee, alles gut. Ich brauch mich. Ich hab keinen Platz mehr. Dann leg ich dich weiter. Äh, im Süden, im Süden, im Süden, im Süden. Ich kann mich nicht bewegen. Ich muss meinen Pisch essen. Ich bin tot. Äh, Jackson, kannst du mich wiederbeleben? Jackson. Ich hab grad Internetprobleme. Na, ich bin down, Leute. Ich bin down. Warte, ich kann dich anspüren. Hab grad noch einen Chilifisch gegessen. Nee, nee, mach du selber. Oh, danke, Jackson, danke. Ach, die sind immer noch da? Ja, ja, die wollen Zone Fight haben. Ach, nee, nicht Zone Fight, Bruder. Wir haben wahrscheinlich alle mega viel Heal. Wenn wir nicht den Traschen probieren, irgendwie Zone zu... Ach, Busch Camper. Hab ich ihn, hab ich ihn. Gut, gut. Ich muss mich hier... Oh, Mann. Fusion, fuck. Ach, fuck. Digga, ich hasse es so unfalter, du Idi. Ich auch. Zone geht in einer Minute los. Was, ey, hier, hat der Heal oder so. Heal. Der hat kein Heal, auch, fuck. Ich kann mal... Ihr müsst mich halt jetzt, äh, zweier Ticks. Fuck. Nee, das Match geht, schaffe ich nicht. Scheiße. Ich, äh, ich nehme dich mit in die Zone. Versuche. Ja, ich... Ja, passt schon, passt schon. Ach, nee, Digga, ich hasse Zone Fight, Junge. Was sind die größten? Ja, fuck. Wie kommen die da aus? Hier, erst das Fleisch, erst das Fleisch. Ja, warum fightet man noch in der Zone, der? Ist so... Ja, ich bin schon wieder tot. Ey, geil. Ich hab gerade meine Krone bekommen. Ich bin auch der. Ja, ich bin auch der. Ey, kann... Trag mich in die Zone. Schweiß mich vielleicht. Worte vom Storm eliminiert, ja. Schweiß mich in die Zone. Schmeißen, schmeißen. Jackson, los. Spoof. Nein, ich... Ich hatte sowieso null HP. Selbst wäre ich rausgekommen. Ah, der muss jetzt auch so erstmal wieder nach Afghanistan fahren. Digga, jetzt ist meine Krone weg, Digga. Jackson gibt sie dir bestimmt wieder, wenn wir gewinnen. Also, wenn er uns das wieder greifen. Oh, ich brauche mal wieder ein Krone fight. Hab's zu sein. Vielleicht gibt Jackson, der dir ja zurück, wenn er es schafft. Aber vielleicht, keine Ahnung. Tisstein. Oh, der meine Füchern, uns bald komplett voll. Mir fehlen nur noch sieben Fächer. Jackson kann halt auch nicht den Fluss benutzen, weil der geht abwärts. Vielleicht schafft er es. Aber ich denke... Ich hab den nächsten Newsletter, wo schon markiert da hinten. Das hat genau in der Mitte. Genauer gesagt, ist der dort. Oh, Schlaumeier. Oh, 200 Meter entfernt und da hast du noch Gegner und das mit. Jackson, nimm doch das Metal. Oder so. Oder so, so. Ja, hinter dir, Jackson. Verdammt. Ah, boxen wollte ich nicht. Ja. Aber okay. Rappt der ja. Weil zur ne Kuss. Und macht 5er-Ticks. Na, ja, zur ne macht jetzt 5er gleich. Oh, gut. Ja, ja, 5er-Ticks. Deshalb... Ja, Jackson ist auch so. Ja, ja, schau, schau, schau. Oh, Junge, jetzt ist meine Scheiß-Krone schon wieder weg. Scheiß-Kraut, du hast vier Monate Zeit. What the fuck? Wie die kämpfen, wie die abkämpfen. Ja, das noch mal bereit machen. Äh, nicht loggen? Ne, ich... Noch mal bereit. Okay, komm, noch mal bereit. Es bringt ja nix, glaube ich, jetzt gehen. Naja. Was muss ich als nächstes machen? Äh, gebacken aus 200 noch. Wie viel brauchen wir zu so? Äh, ich glaube, ich habe im Moment 300. 130 habe ich. Ich habe 1100. Oh mein. Zerstöre Bäume, 500, wer kennt es nicht. 1100 ist ja nicht viel. Das geht ja ruckzuck weg. Gebe ich immer, gebe ich immer für meine Aufgaben aus, das ganze Gold. Der Boss. See? Ah, der ist ja. Äh, der ist ja. Da hinten. Oh, wie fahre ich denn mal? WTF Kwebe? Also ich werde wieder bei diesen... Dings dann. Ja, ja, mach ruhig. Ey, boah, zu nähe, hä? Was? Ja, der Schiff fährt pro Runde immer weiter, das weißt du. Ja, aber das war zwei Runden hintereinander, warte mal. Da hinten liegt ja auch der Roboterarm, das stimmt ja. Nein, aber... Ach so, jetzt doch da hinten. Ich bin jetzt extra hier in den Holz geflogen. Ach komm, da sind wir alle verschiedenen Orten. Ach... Digga, wo ist das Boot? Ich sehe das nirgendwo auf der Karte. Ah, bei mir landet das halbe Map mit. Warte mal. Geh, Schatz. Und bei mir schwebt auch ein Busch in der Luft. Der, was ein geiler Start. Oh, bitte sei das Kopfgeld da unten, stirbt direkt bitte. Bitte sperr also Kopfgeld. Oh, können wir jetzt schätzen. Was? Interessant. Äh, hast du ne Waffe für mich? Ich bin bei dir gelandet. Ne, Sniper. Sniper? Wo? Mit Sniper-Monen? Mh... Vielen Dank. Was will es sein, der Öff? F-Fusion, hier ist noch was zum Guten. Na, gönn die ruhig. Außer die Kiste ganz oben, die gehört mir in diesen Tower. Da oben. Hat mich grad extra hochgebaut. Ich der schon da bin. Na, ich der hat dich grad hochbaut. Digga, hallo, du hättest das Mikrofon, geh da weg. Komm. Au, geil, Digga. Ne, mich. Oh, Mann. Wollen wir tauschen grüne Sniper gegen... Komm, ja, Digga, weil ich ein Ehrenmann bin. Dafür gibt's, ähm... nen Venier. Interessant. Interessant. Interessantes Wesen. Wirklich sehr interessantes Wesen, die ich nutze. Testobjekt 300, fehlgeschlagen. Na, Testobjekt 300, fehlgeschlagen. Würde ich jetzt wissen, welche Nummer du aus meiner Frau bist, würde ich jetzt genau die Nummer sagen. Aber ich glaub, du bist irgendwas mit. 100, glaub ich. Oh, das Rutschen ist so geil. Oh, in das Tabi! Oh, nein! Ist schon ne geile Funktion. Ey, stell mal kurz aus. Du darfst auch weiterfahren. Stell mal kurz aus. Willst du jetzt weiterfahren? Ne, du darfst. Ich wollt nur mal ne Lackierung drauf machen. What the fuck? Oh, Jackson. Ich feier meine Lackierung nur mega, keine Ahnung warum. Lass doch mal Jackson! Nein, nein. Wollen wir reinfahren? Gut! Zumindest ein 21er Hit. Ist Low. Der hat es labert, wenn ich das bin. Scheiße, der. Hat noch ein Hit. Ist Low. Der hat Low. Ein Hit, der ist dead, ein Hit, der ist dead. Äh, ich weiß die wie Low ich bin. Ist dead. Äh, äh, Hilfe. War das Tier auch noch. Perfekt. Hat jemand Blue Light viel für mich, weil ich bin One Hit. Dein Mini, den du mir von mir gegeben hast. Äh, ich brauch noch... Mini. Komm her, wir hohen für die Städte aufzuholen. Hä, warte. Wo sind jetzt meine Frontagen? Oh, weg mit dir, Hunde. Headshot. Oh, nicht schon wieder fighten? Ich muss mich erst mal healen. Äh, halt, ich komm jetzt hier. Ich muss erst mal healen. So, jetzt gönne ich mir erst mal. Jackson, was ist denn da los? Ich müsste in die Zone. Hä, was ist denn hier? Ich sag gar nichts. Lecker. Markiere mal die Zone. Die Zone? Die ist da. Nein, die Zone. Ich sag, find ich da auch irgendwas gefahren. Perfekt. Juhu. Ey, früher dachte ich, dass diese Salz es immer XP bringt. Ne. Stell dir vor, du bist einfach so, jetzt, äh, wegen ein Ding, wie ich grad einfach, wegen so ner Scheiße 3000 EP bekomm. Interessanter schon, aber. Ne, oder ich dachte immer, den Schaden, den man macht, ne, an Gegnern, z.B. 20 Hits oder 80 HP so, ist der, äh, ist so das, äh, XP. Okay. Und schafft er's? Oh, noch geschafft. Ey, warte, warte, bau hier mal kurz ne Treppe hoch, bitte. Das ist alle. Hilfe! Hör auf! Ich will nicht! Check! Fusion! Hilfe! Hilfe! Warte, ja, ich will kurz, ich will kurz was treffen. Fusion! Ich komm hier nicht auf, jetzt! Nein, Fegelstangen, schade. Projekt, Fusion, Filzschlag. Hallo, du bist immer noch mein Projekt. Du musst mein Projekt mischen oder was? Boah, 80.000 HP würden jetzt schon nicht schmecken. Tank leer, ab geht's, gut, dass ich in den Roku-Wood komm. Ach, schade! Sniper, 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 Sniper. Oh, oh, oh. Wo? Der, wie ich die anfangen mit bauen, ist so, der... Oh, scheiße! Oh, scheiße! Ich bin tot! Leute, Leute, ich bin tot! War schönes Leben mit euch, ne? Äh, Fusion? Ja, ich hab doch gesagt, ich wollte... Äh, ich muss was ändern an meiner... an meiner Skin-Kombi. Nur meine Skin-Kombi ist schuld. Ich bin ja etwas slow, so, ne? Ne, ne, du bist nicht slow. Geh rein, pushen, sind nur drei. Junge! Hallo? Bist mein Freund? Hallo? Nein! Nein! Es gibt keine Ehrenhaften mehr, außer im Solo. Im Solo habe ich dann mit zwei geteamt dieses Chapter. Geh weg, böse! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Komm, Lobby, der ist ja, ich muss was ändern. Außerdem will ich so einen Schnupfen zugucken. Ne, du bist gar nichts! Ähm, entspannt, bitte jetzt wasser. läuft okay warte erst mal hänge körper ändern der da geht ja gar nicht muss mein ja ich muss auch was ändern ich muss meine lackierung ändern den nehme ich nicht wirklich meine waffen lackierung ändern ja ich mache gar keine waffen lackierung rein schon ich mag waffen lackierungen die ist wie kann man einstellen welche waffen man will wie sieht das auf der ar aus komm ich nehme die goldene wörfe lackierung wieder ort dies jahr hat sich auch immer ich nehme hier die sieben er weiß welche ich übe feier naja fritzverwandlung heißt die so es ihm bett wird aus was ist gar nicht wo das guck mal wo ein wort ist das liefern ist in der in die und ich habe keine ahnung noch habe ich auf jeden Fall nicht bis vorhanden oder was ich muss doch kurz mein Ball noch verändern muss oder willst du ich hab doch ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr Nein, bitte nicht! Ah, Sex spielt auch schon einen Alien! Also wenn Sex einen Alien spielt, dann spiel ich glaube ich einen... Warte, dann habe ich die beste Idee aller Zeiten Oh, wo ist meine Wasserfläche? Da! Ich liebe es, Wasser zu essen! Warte, wenn Sex einen Alien spielt, dann spiel ich auch Alien Fortnete Fear life Oh Gott, Hannibal Ich hab im Hintergrund irgendetwas mit Merkel Ja Ich spiel im Wohnzimmer, das halt wahrscheinlich 1,2 Sekunden, oder? Ja, siehste Traurig 1,2 Sekunden, Fräulein Ja Ah, Dankeschön Ja, ja Dann gibt's nen Sex Ja, ja, ja Der eine hat keine Schuhe an, was das? Herr Ross gehört sich nicht Ach so, du hast keine Schuhe an, sehen wir deine Schuhe an hier Dafür darf ich nur noch Was, was hat der Team in seiner Krasche? Oder warte, ich mach den in den Mord, hier guckst du nicht Nee, ich ächsele vier Das ist ja auch ne Möglichkeit, okay, toll Ich hab schon mal 20 Euro in der Schule gewonnen durch Echsen Naja Wahrscheinlich Ähm, Entsparte, ja Nee, sonst hätt ich 20 Euro der Klasse 13 13 Und du sooo Spaß Diese Personen, die da stehen, kenn ich alle nicht Die mit in der Lobby sind Hab ich gleich alle random getroffen Ja, dann kann ich Oha, ich bin Physischen random Nein, nein, ich kenn ich schon lange, ist gut, ich kenn ich schon lange Ah belastend, okay, okay, wo landen wir? Äh, wir landen Ich weiß noch, wir landen Wie bist du, Kokosnusspott, äh, Cock, was? Das war Archlar auch immer, der nennt mich immer so Also mein Bruder, der hat mich sogar so angesprochen, jetzt darfst du Kokosnusspott Ey, heist du okay Ey, benenn mich bitte um Nein Oder ich gebe dir einfach einen Nickname Ja, schätze es mal 13, 14, 15 Nee, 13, 14 Das erste Mal richtig 13 Oh mein Alter, das ist nicht Spaß Das ist Spaß Das ist Spaß Hey, jetzt gelähnt du Ich warte drauf Auf was Nein Junge Hast du gehört, wie die bei dir gelacht haben Ach nee, lachen die Oder hören die auf den Tisch Kuckuckuck, wie viele Spieger hast du schon Bei deiner Krone Nee, meine Mutter kocht halt gerade Erstmal auf den Spieger Hey, Kuckuckuck, wie viele Spieger hast du schon Ach nee, bei mir sind gehe ich noch nicht Ich habe eigentlich Zwei, aber das Problem war Der hat laut Ach, da will man einmal mit Profis arbeiten Einmal 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 Du wirst zuerst geklärt, das sagst du Du wirst zuerst geklärt Ich habe einen Weg mit dir Weg, ich gehe hinter die Kiste Wir können die gar nicht Hey, hey Hey, wir können wir gerne fliegen bleiben Ja, ich habe es geschafft, du bist als erstes gestorben Ach, belastend Ach nein, ich habe den Cut aufgestanden Scheiße Ich habe den Cut aufgestanden jetzt Ich habe den Cut aufgestanden Ich habe das Reinigt und das ist ein guter Ach gut richtig gemacht wird der schüttelte ist das ist das ist und dann würde ich töten das ist aber auch und wenn ich hier gelandet das sind voll die verletzten mit das ist ein schönes der klinik super gemacht die klinik der klinik jetzt in der auch noch gelungen wünschen sind voll sind zwar noch nicht gleich gerne dein ding aber sexen ich schläft und gleich nicht mehr trainiert abgeben böse nach einer langen geschichte das finden wir immer noch umfällig sein ihre karte aufgesammelt er hat das hast du mir vorhin geklaut das habe ich ein sammeln ich war hier in mein babi kauf du schuldest Oh, er holt auf. Er ist so ein Feini. So ein Feini. Guck, weil er kein Feini ist, wird er jetzt sterben, sag's dir. Ach, Digga, ich glaub. Nee, Digga. Ich feier's. Wir machen direkt bereit, ja? Nein, nein, ich bin schon lobt. Doch, doch. Boah. Boah. Ah, ja. Was? Spaß. Kein TikTok für mich. Ey, der, die schwänzt schon seit einem Monat und macht die ganze Zeit TikToks. Ey, ich bin gleich wieder da. Ähm, okay, Leute. Auf jeden Fall, ich würd sagen, das war ein entspannter Stream. Wir haben die Aufgaben fertig gemacht und...